Es geht los. Der Typ ist der größte Autodieb in Brooklyn. Also Vorsicht. Was heizt ihr mir in die Karre? Was machst du hier? Was soll das werden, Tommy? Ich fahre, du Penner! Steig aus dem Wagen aus! Weil ich schwarz bin? Nein, weil du zehn bist! Ich bin elf! Steig aus dem Wagen aus! Ich war angeschnallt! Jetzt steig sofort aus, du kleiner Wiederholungstäter! Fahr! Also, wir brauchen eine Info über einen gestohlenen Mercedes. Das Ganze ist neulich Nacht an einer kleinen Tankstelle in Bay Ridge passiert. Ich verrate euch einen Scheißdreck und ihr könnt nichts tun. Ich bin minderjährig. Du kannst mich auch mal. Möchte gern Professor Lockenkopf? Du bist ein zorniger kleiner Mann. Wischt euch nicht immer ein Business ein, ihr Spackos? Wem gehört dieser Wagen? Deiner Mama! Du mieser... Was? Ich wisch dir gleich die schwarze Farbe aus dem Gesicht! Ihr könnt mir überhaupt nichts! Erzähl uns was über den gestohlenen Mercedes-Benz! Ich verrate euch gar nicht! Entweder du erzählst mir jetzt was oder ich werde... Au! Uh! Oh, kleiner Fichser! Und ich sag noch Vorsicht! Ah! Paul! Hast du gerade ein kleines Kind geschlagen? Es gibt Dinge, die du nicht über mich weißt, Jim! Ich verhau auch einen kleinen Jungen, wenn er mir in die Eier tritt! Na komm! Los! Ich werf dich jetzt in den Fluss! Ich hab die Scheiße satt! Komm mit! Erzähl uns was über den gestohlenen Wagen! Fick dich! Fick dich!